Willkommen zurück zu Castlevania, Sicker of the Moon. Beim letzten Mal haben wir Probleme gehabt mit dem hier bevorstehenden Boss, Wolf. Und jetzt habe ich zumindest halt nochmal einmal in Leatherabfall gemacht. Ich habe auch gefunden, eine Baumwollklamotte, nee, Baumwollklamotte hatten wir. Wir haben jetzt eine Lederrüstung, die habe ich noch gefunden, die habe ich jetzt mal angezogen. Und jetzt gucken wir mal, was daraus wird. Ich habe auch mit dem tollen System hier einen Speyerstand gesetzt, direkt davor. Damit wir nicht alles, damit wir nicht alles wieder und wieder machen müssen. So, und dann mal gucken, das wird schon irgendwie, vielleicht. Vielleicht aber nicht. Ich muss auf jeden Fall mehr ausweichen, sonst wird das nichts. So, ja, okay. Hinter ihm bin ich gut aufgehoben. Aber, oder auch nicht. Jetzt macht er seinen Blitzdinger und ich bin hier gefangen, ist ganz toll. Kannst du nichts machen, kannst du machen, guck mir zu. Jo. Also, da willst du halt eigentlich nur unter den Wolf halt hinlaufen. Ist nicht. Jo, da kommst du halt auch nicht weg. Töfte Game. Töfte. Gerade so. WT Ultra F. Okay. Also, ihr seht, das Spiel ist tatsächlich knackig. Wir haben ein paar Kleinigkeiten verbessert und dennoch ist es halt, naja, nicht einfach. Wir hätten natürlich noch den einen Trank gehabt. Aber nichtsdestotrotz. Einfach ist was anderes. Das mach ich nicht mal eben so. Das ist halt so. Double. Damit haben wir einen Double Jump. Das ist schon mal schön. Das heißt, wir kommen jetzt an der Stelle mit den Akrophagen und Mumien noch ein Stückchen weiter. Aber ich glaube fast, ich muss den Trank nehmen, weil sonst schaffe ich es nicht zum, ähm, zum Speicherraum. Und wir wollen jetzt, die finde ich, die Speichern. Also, so meiner Ansicht, das Ganze. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, Speichern hat mir jetzt schon fast verdient. Ja, und die, die anderen Bossen in dem Spiel sind jetzt auch nicht einfacher. Das war jetzt der einfachste. Der erste ist immer der einfachste. Die werden nicht einfacher. Ja, du hast später diverse Fähigkeiten. Die können halt auch echt hart kritten. Aber die erstmal zu haben und dahin zu kommen, ist was anderes. Ist halt so. So, Speicherpunkte werde ich halt eigentlich nur verwenden, wenn ich wirklich sage, alles klar. Ähm, wir überspringen damit nur Wiederholungszeit. Quasi, wenn ich dann hier einfach nur nochmal eben schnell dieselben Items nochmal holen müsste für... Kurz vor dem Boss-Tür oder so weit, weißt du, was du bis dahin eingesammelt hast, den verlorenen Fortschritt einmal wieder gut zu machen. Ich habe nicht vor, ständig im Bosskampf zu speichern oder so weit. Ich möchte auch eigentlich hier nur ein friedliches Leben führen, in dieses Schloss ist zu sprechen. Ich muss ja unten dran. Instinktiv gehe ich hier zum Bossraum. Ja, ich habe jetzt schon ein Trauma von diesem Boss. Deswegen einfach nochmal hin. Ist ja nicht schlimm, aber das war nicht. So. Guck mal, jetzt mache ich auch schon 64 Schaden. Von zwei Levelarms. Wohin habe ich 48 gemacht oder so weit? Die Rüstung, die wir haben, die hat ja nur, in Anführungszeichen, ähm, meine Verteidigung gestärkt. Nicht mal Angriff. Also, jedes Levelab macht sich bemerkbar. Ist halt einfach so. Eine Stunde später. So, jetzt auch. Jetzt kann ich mit Double Jump hier einfach hoch. Ist ganz toll. Ob hier war auch ein Wort? Jo. Kann man nicht an alle erinnern? Hm. Nein, aber ganz viel werde ich halt auch vergessen. Ist halt so. Nicht mehr wissen, dass es da ist. Habe es damals mal mit 100% Map Completion und sowas gespielt. Aber, ja. Das nochmal schaffen wir, ist aber nicht gestimmt. Jetzt haben wir die Abgrundtreppe. Und da komme ich nicht mehr hoch. Das ist dann zu hoch. Ja, Mensch, hier sind wir wieder. Ach, ist das toll. Dann kommen wir jetzt hier lang. Für? Mal gucken. Bestimmt für Spaß und Freude. Und Snickers gibt es da auch noch für Leute mit Erdnussallergie. Mag kein Snickers. Aber ich habe keine Erdnussallergie. So. Wo will ich jetzt lang? Ich gehe mal hier lang. So eine tollen Axelus. Hm, toll. Gibt bestimmt gute Erfahrungen. Okay. Was haben wir hier? Mehr Leben. Mehr Leben nehme ich gerne. Alles, was mich am Leben hält, ist immer gut. Ist doch so. Mist, da wäre eine Tür gewesen. Ach, nee, da. Ach. Hier bin ich. Ich bin jetzt einmal rumgegangen. Ist das nicht toll? Das heißt, wir müssen jetzt hier hinten einmal hoch. Weil wenn ich jetzt die Karte öffne, da, wir sind da einmal rumgegangen. Es könnte sein, dass hier noch irgendwo ein verstecktes Räumchen ist. Siehst du? Weil hier wäre sonst auf der Karte so ein, ähm, leeres Quadrat, sag ich mal, gewesen. Meistens Anzeigen für ein verstecktes Räumchen. So. Dann gehen wir mal weiter hoch. Haben wir jetzt ja gut erkundet. Haben wir ja jetzt gut erkundet. Ist nix. Reicht ja noch so langsam. Jo. Aber ich kriege auch nur noch zwei Schaden von diesen Dingern. Das ist nicht so viel. Kommt die Plattform wieder? Aufhören. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob ich da jetzt durch die Tür will. Oder hier erstmal gucken. Hier ist auch noch ein Durchgang. So, ein Speicherpunkt. Speicherpunkte sind gute Punkte. Welche Punkte retten wir aus Leben? Speicherpunkte. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Ich hab wirklich sauviel vergessen. Also ich erinnere mich noch speziell an bestimmte Bosse. Aber, was sonst in diesem Spiel alles so abgeht. Kaum Erinnerung. Oh, was haben wir da? Ein Whispernt. Das wird unsere Stärke bringt unsere Intelligenz. Das heißt, wir haben weniger Mana oder Mana Regeneration. Meine Regeneration ist das, glaube ich, was wir da haben. Für mehr Stärke. Mehr Stärke bedeutet sofort mehr Schaden. Und ich hab keinen Wähler mehr. Sehr bedauerlich. Wieder neue Bereiche. Was ich will. Weiß ich nicht. So ein Bonehead kriege ich jetzt auch mit einem Tipp platt. Wir machen noch so langsam. Aber es dauert. Es dauert und dauert und dauert. Ich gucke hier erstmal, was hier überall ist. Ich hab auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Einfach erkunden und guck. Oh, toll, ne Axt. Können wir jetzt endlich mal vernünftige Subwipons benutzen? Seid doch nicht, nein. Jo. Okay, geht's nirgendwo hin? Äh. Wer jetzt schon erfolgreicher wird? Ach, guck mal, wo wir sind. Sie ist verschlossen. Das ist hier der Raum, wo wir Dracula gesehen haben, der wieder beliebt wurde. Ist halt, wenn ich jetzt hier runter falle, dann gute Nacht. Dann falle ich erstmal. Das lassen wir. Hier komme ich durch. Die Tür ist magisch versiegelt. Okay. Das wird schön. Das kriegen wir alles hier irgendwie hin. Was bist du denn? Skeleton Soge. Okay. Komm, komm, komm. Schön. Schön, wenn sich neue Pfader einfach öffnen. Nein. Genau. Ne, auch das, was wir jetzt mehr an Verteidigung haben, macht sich tatsächlich auch bemerkbar. So. Da waren wir nicht. Wir waren... Es gibt hier so viele Stellen, wo wir noch lang gehen können. Wir gehen mal hier. Hallo. Nettes Bild im Hintergrund. Gibt's das auch in Hochauflösen? Alter. Blub, blub. Da sieht man auch gerade, wie halt eine Mana-Leiste und Lebens-Leiste ein Stückchen zurückgegangen ist, weil wir haben jetzt mehr. Nein. Nein. Nein, keine Axt. Äh, kein Dolm. Nein, nein, nein. Schauen wir gar nichts an. Den Müll kann auch keiner gebrauchen. Sagte er und fiel nochmal in die Axt. Bleibt auch eine halbe Ewigkeit liegen. Ja, nicht so wie in älteren Titel der Reihe. Ich weiß nicht, wo ich hin will, ne? Oh, den Speyerpunkt, das nehmen wir doch gerne. Sollten wir jetzt gleich irgendwie auf den Boss treffen, gehen wir natürlich erstmal alle anderen Römer an. Alles, was wir noch haben, liegen lassen und so. Das kann ich ja so nicht auch besitzen lassen. Wow. Electric Soldier. Mein Weg auf das. Ne, ist nix. Muss ja auch nicht. Haben wir wieder so einen Stein. Mit dem können wir noch nichts machen. Yeah. So. Yeah. Böser Stein ist böse. Ich glaube, dafür giftet einer auch. Oh. Ich glaube, hier waren schon die ersten stärkeren Gegner. Moment, noch geht's. Noch ist alles, was wir töten. Gern gesehene Erfahrungspunkte. Ich weiß nix. Okay. Oh. Yeah. Okay. 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 Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier genau bin. Aber mitten im Getümmel bei irgendwelchen Gegnern. Das ist immer gut. Da gehöre ich hin. Mitten drin statt nur dabei. Yeah. Äh. Oh Gott. Wayne Float. Die kann man später einfrieren, damit man dann da hochkommen kann. Kein Durch, bitte. Danke. Muss eh nicht sein. Anfang des Spiels hast du halt auch kaum Subweapons gekriegt. Und jetzt an jeder Ecke hier so ein scheiß Durch. Hm, schon wieder kein WLAN. Ja, schade. So, jetzt bin ich hier wieder raus. Ne, das ist ein anderer Raum. Ach, guck mal. Da sind ja auch so viele Electric Soldiers jetzt. Wann auch immer diese Skelette hier Elektrizität gelernt haben. Oh, ich dachte, ich weiß, wo ich bin. Ähm. Das ist eher Aria. Hier kommt man, glaube ich, von der rechten Seite nur, wenn man eine Wand kaputt macht. Ne, dann war es nochmal eine andere Stelle. Aber es gibt so eine ähnliche Stelle mit den Säulen und den Köpfen da, die sie drehen. Und dann ist das halt einfach woanders. Wenn ihr seht, es gibt halt einfach mehrere davon. So. Bitte warten. Lipplopp. Nix. Dann halt nicht. Der Speicherpunkt wäre grundsätzlich mal wieder nicht verkehrt. Ich bin ja so ein Speicherpunkte-Fan. Ich habe mir immer so ein Gefühl von Sicherheit. Weil dann habe ich gesichert. Ich nehme es jetzt einmal, wie es kommt. Und wo ich dann langgehe. Ihr seht es. Es gibt so viele Möglichkeiten, irgendwo sich zu verlaufen. Und am Ende bist du plötzlich beim End-Boss. Ne. Ähm. So schlimm nicht. Aber. Also außer halt. Die eine Töter. Noch ein Whisper. Ähm. Würde halt noch mal stärker erhöhen. Und noch mal intelligent weniger. Im Moment machen wir noch nicht wirklich viel mit der Intelligenz. Ich meine, ja, Mahlfeuer, okay. Aber so insgesamt, ne. Also gehen wir auf Stärke erst mal. Ihr wisst ja auch, wie ich da ticke. Ich bin ja so ein kleiner Freund von mehr Stärke ist mehr Stärke. Ach. Was mache ich denn? Oh, ich glaube, das war jetzt gerade versehentlich. Ähm. Rückspuler sind kleiner. Holy Water hält in diesem Spiel hier relativ lange an. Oh, hier ist ne Boss-Tür. Okay. Guck mal auf die Köpfe hier. Alle jetzt mit einem Schlag. Nur durch so ein bisschen mehr Stärke. Ja, ich glaube, wir bleiben bei dem, was wir haben. Wo genau sind wir? Da sind wir. Okay. Okay, das krieg ich nicht verschoben. Wäre natürlich schön, wenn hier jetzt irgendwo eine Nähe auch ein Speicherpunkt zu generell mal wäre. Aber sieht der nicht unbedingt dann raus. Wir merken uns, hier links ist ein Boss-Raum. Will der nicht rein. Sondern mit so wenig Leben. Muss nicht sein. Und wieder sind wir ganz woanders. Noch eine Lederrüstung gekriegt? Warum noch nicht? Ach, guck mal. Hier sind wir. Was haben wir von der anderen? Dann sind wir noch nicht gesehen. Okay. Dann halt nicht. Dann denkst du weißt, wo du bist. Ne. Dann sieht halt doch zu viel Zeug zu ähnlich aus. Aber der Elektrik-Typ macht gut Schaden. Habe ich da irgendwas, um mich zu heilen? Nein. Also die Elektrik-Viecher sind das, was mir am meisten Schaden gerade machen. Auch hier ist eine Pfeil. Oh, komm mal. Das kommt ja wirklich wie gerufen. Nicht mit mal kein Leben. So, wollen wir wenigstens mal gucken, was uns denn wenigstens bei dem Boss da theoretisch erwartet. Die werden wir jetzt locker nicht platt machen können. Kann ich dir so sagen. Aber man kann ja mal gucken. Man kann ja mal gucken, was einen erwartet, ne? Wir haben auch keine Potion, kein gar nichts. Wir sind insgesamt ziemlich schlecht besetzt. Wir sind jetzt hier, ne? Ja. Dann gucken wir mal. Oh, ich erinnere mich. Ah, der Nekromant. Außergewöhnlich. Um irgendwo hier im Abgrund zu landen und immer noch am Leben zu sein. Aber dein Glück läuft jetzt aus. Geh mal aus dem Weg. Kind, vor ich dich vernichte, werde ich dir ein paar Neuigkeiten zu erzählen. Dein schöner Meister ist schon in unserer Macht. Was? Das wusste ich. Der alte Mann wird uns mit seiner Seele füttern. Das Ritual wurde vorbereitet und wir warten nur auf Vollmond. Nein! Jo. Jo. Ich glaube, hier wäre halt auch sinniger eine Axt. Man kann auch nicht alles haben. Jo. Jo. Du denkst, du kannst doch irgendwo hoch. Nö. einfach nur weil wegen nö. Jo. Wir haben auch so wenig Blutglück, was diese Karten angeht, ne? Wie, das war's. Ach so. Phase 2. Genau. Wollte schon sagen. Jetzt ritt er erst richtig am Rand. Ja, also ihr seht, ich brauche hier noch nicht wirklich hin. Mein zum einen natürlich, ne? Der Charakter ist verglichen mit den Gegnern sehr, sehr träge. Aber wir brauchen da halt noch nicht hin. Gut, dann schauen wir uns mal den Rest des Schlosses, soweit wir halt gehen können, in der nächsten Folge genauer an. Bis dahin, viel Spaß noch noch. Vielen Dank für die Zuschauer und bis dann. und bis dann! ... ... ...